Einen schönen guten Tag! Schauen wir uns in diesem Tutorial an, wie Sie mit dem iTalk24 Online eine Nachricht über den Timer zu einem gewünschten Zeitpunkt per E-Mail versenden lassen können. Ich habe jetzt hier das Aufnahmemodul noch gestartet aus der letzten Aufnahme und wir können jetzt hier direkt eine neue Nachricht aufnehmen. Ich klicke hier auf Record Pause, in dem Moment startet die Aufnahme und machen wir hier einfach eine kurze Testnachricht für den Versand per Timer mit dem iTalk24. Ich klicke jetzt auf Stop, die Nachricht soll hier zu Ende sein, diesmal mal ohne Pause und weitere Aufnahme. An dieser Stelle haben Sie natürlich die Möglichkeit, sich die Nachricht noch einmal zur Kontrolle anzuhören über Play. Der Play-Button wechselt auf einen Stop-Button und Sie können die Nachricht dann, das Abhören, sofort wieder stoppen. Jetzt schauen wir uns mal, bevor wir die Nachricht mit dem Timer versenden, die Vorschau an. Was bekommt der Empfänger überhaupt? Dafür klicken wir hier unten auf den Button Vorschau. In dem Moment wird die Nachricht schon umgewandelt und auch hochgeladen, um die Vorschau korrekt anzuzeigen und Ihnen auch die Nachricht schon abzuspielen. Wir sehen jetzt also hier genau das, was der Empfänger bekommt und können auch diese Nachricht hier im Grunde schon live abhören. Schließen wir das Fenster wieder und gehen wieder zurück zum iTalk und dem Aufnahmemodul. Das holen wir uns gerade wieder mit rein. Jetzt habe ich noch, bevor ich den Timer anwähle, die Möglichkeit, den Empfängernamen und den Suchbegriff zu ändern. Das geht nicht mehr, nachdem ich den Timer zum Versenden benutzt habe. Das heißt, wir lassen hier mal Max-Muster stehen. Ich wechsle mit dem Tabulator in das nächste Feld und möchte jetzt hier nur das Versenden ändern. Das heißt, ich klicke entweder dahinter oder nehme den Pfeil nach rechts. Dann ist der Cursor am Ende, lösche Versenden raus, überschreibe hier das Ganze jetzt mit Timer und habe so meinen Suchbegriff geändert, wie ich ihn gerne haben möchte. Jetzt klicke ich auf Timer, um diese Nachricht über den Timer zu versenden und bekomme als erstes die Auswahl, wann möchte ich diese Nachricht verschicken. Ich sage jetzt hier am Dienstag, den 18. Dezember. Es mag vielleicht eine Geburtstags-Glückwunsch-Nachricht sein für ein Geburtstagskind am 18. Wenn ich den Tag ausgewählt habe, kann ich hier oben noch die Versandzeit auswählen, das im Halbstundentakt. Ich sage jetzt hier, ich möchte vielleicht sehr früh zum Geburtstag gratulieren, dass der Empfänger denkt, ich habe da schon ganz früh an ihn gedacht. Geben wir hier die E-Mail-Adresse ein. Ich habe sie bei mir jetzt mal vorher in den Zwischenspeicher kopiert. Dann geht das etwas schneller. E-Mail ist eingetragen. Auch hier haben wir die Möglichkeit, über Semikolon eine zweite, eine dritte, eine vierte E-Mail-Adresse hinten anzufügen und diese Nachricht zum gewünschten Zeitpunkt an mehrere E-Mail-Adressen zu versenden. Ist alles korrekt eingetragen, dann klicke ich hier unten auf Speichern und in dem Moment wird meine Nachricht in den Timer übernommen. Das zeigt mir das Modul noch einmal kurz abgedunkelt an und die Abdunklung fällt wieder weg und das Modul ist wieder bereit für die nächste Aufnahme. Ich mache jetzt mal das Aufnahmemodul klein, dass wir das Archiv sehen. Hier haben wir die Möglichkeit, auf den Timer umzuschalten. Und wenn ich dies tue, dann sehe ich jetzt hier meine Nachricht, wann sie versendet werden soll. Auch hier steht der Name. Und da sie im Timer immer per E-Mail versendet wird, steht auch die E-Mail-Adresse dahinter, an wen sie versendet wird. Wir sehen, wann sie versendet werden soll, mit welcher Vorlage. Der Suchbegriff dazu ist da. Und wenn die Nachricht dann am 18.12. um 6.30 Uhr versendet wurde, dann wechselt sie natürlich in meine iTalk Nachrichten. Das heißt, sie taucht dann hier an der richtigen Stelle im Archiv auf. Natürlich haben Sie auch unter dem Reiter Timer jederzeit die Möglichkeit, diesen Versand noch zu stoppen, indem Sie die Nachricht hinten markieren und löschen. Aber die kompletten Funktionen im Archiv und im Timer schauen wir uns in einem der weiteren Tutorials noch genauer an. Dann wünsche ich viel Erfolg und alles Gute vom Gerald Fockenberg.